. Also Kurt, du besuchest dich jetzt immer demnächst. Mhm. Ich hab schon zu der Heidi gesagt, wenn ich schnell wisst, ob er da wäre. Die hat bestimmt gefilmt. Uli, ich gucke miteinander mal am Hafen. Ja, ja, wir können noch ein bisschen rumfahren. Wir essen sowieso erstmal. Ja, die Tonaufnahmen sind das Beste. Doch, ehrlich. Ja. 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 Komm schon, wir werden das drückt durch. Der Pille, der guckt heute nicht fest. Komm, aber am Poppulltag. Ja. Wo das Wasser mal datt gewesen sei. Ja. 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 Ja, seine O Isaiah, wo er ist. Ja. Ja, da war gestern Video auf demnächst. Und wo jemand Wasser sitzt, du warst gestern wieder auf dem Weicherein. Der O zeigt, dass er nämlich weiß, wo der ist hier. Der weiß ganz genau, dass beim Hochwasser keiner auf den Dom darf. Ja, weißt du, dass der da kochen kann? Das weiß ich. Das ist ein Kerl spätend. Ich habe die Woche von meinem Vater einen Brief gekriegt, der sagt, der ist fast wieder rein. Der wäre zehn Meter über normale Schiene gewesen. Kussi! 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 Untertitelung des ZDF, 2020